Mein Name ist Marcel Zeres. Wir sind hier im Franks Club. Das Besondere an diesem Club mit dem Bar-Konzept ist, glaube ich, mal zu vereinen. Auf der einen Seite die Bar, auf der anderen Seite ein Club, Livemusik, DJs und das Ganze in einem tollen Ambiente hier auf der Ratingerstraße gegenüber des altehrwürdigen Ratinger Hofes. Da wir nach langer Zeit mal wieder ein Livemusik-Konzept in Düsseldorf voranbringen möchten, das punktuell gespielt wird und viele Livemusik-Künstler Frank, die ist unter anderem Frank Sinatra, kamen wir auf den Namen Franks. Mit dem heutigen Drink haben wir versucht, dieses klassische Spritz-Thema etwas aufzubrechen, haben diesen schönen Jahrgangssick genommen mit dem wunderbar modernen Matcha-Tonic von Schweppes. Das Ganze ein wenig mit einer leichten Vanillenote verfeinert und da Weingläser auch heutzutage sehr, sehr beliebt bei den Gästen sind, haben wir für ein Weinglas entschieden. Ich sage auf der ersten Seite, im ersten Moment hört man ihn durch das Prickeln beim Eingießen, dann sieht man ihn aufgrund der Farbe und dann hoffentlich schmeckt man ihn auch und das wichtigste soll natürlich der Geschmack sein, aber das Auge trinkt halt mit. Ja, wir freuen uns sehr, euch mit Franks zu begrüßen, egal ob auf ein Glas Champagner, ein Highball oder einen leckeren Zangaré. Wir sind für euch da auf der Ratingerstraße in Düsseldorf, auch Füchsen haben wir natürlich im Programm für den Altbeertrinker. Also wir freuen uns auf euch, unser Team freut sich auf euch und Frank freut sich auf euch. bis auf Wiedersehen bis jetzt